Und mithilfe des Reflexionsgesetzes können wir dann herausfinden, in welchem Winkel zum Lot der reflektierte Strahl zurückkommt. Rosa? Äh, Rosa? Wieso können wir nicht auch mal draußen Unterricht machen? Wie Frau Pikalkes Modul. Echt jetzt? Wo genau warst du die letzte halbe Stunde? Hallo? Strahl. Gut. Alles ist, alles ist relativ normal. Alles ist, alles ist uns manchmal echt egal. Selbst Einstein hatte nur ne vier in Mathe und war später mal total genial. Regeln die Karte, Formeln und Daten, packen, packen, alles was nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, hier mit meiner Maus, bei mir zu Hause, in meinem Bett, durchs Internet. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage, wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Morgen, Anton, Moritz hier. Wegen dem Kickern heute Abend. Ich muss für den Express noch was erledigen und kann heute leider nicht, tut mir leid. Aber holen wir demnächst nach, versprochen. Ciao. Super. Die willst du aber nicht etwa futtern? Ähm. Es ist 10 Uhr morgens. Ja, nee, es hört an. Ach so. Was machst du denn heute Abend? Mach nichts. Abhängen. Abhängen und Chips essen. Ist aber nicht sehr gesund. Eigentlich wollten Moritz und ich noch kickern, aber der hat jetzt doch keine Zeit wegen dem Express. Wie wär's denn mal mit richtigem Sport? Wie Trampolin springen. Ich schwör, die haben den Empfänger verwechselt. Alles gut. Ich würd' dich nur ärgern. Zum Beispiel, richtiger Sport. Wie wär's denn mit der Staffel? Die Staffel? Klar. Du warst doch letztes Jahr auch schon dabei. Ja, als Assistent. Aber dann weißt du doch immerhin schon, wie's läuft. Ich bin aber bestimmt nicht schnell genug. Noch nicht. Als ich in deinem Alter war, war ich auch kein Naturtalent. Hab mich aber durch Training und Fleiß bis nach oben gekämpft. Okay. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du richtig Potenzial hast. Echt? Auf jeden Fall. Komm doch heute Nachmittag einfach mal zum Training, Chap. So viel Spaß wie das Internet-Modul hab ich in meiner Freizeit nicht. Am meisten nervt, dass Badu und Bela so tun, als müssten sie genauso viel arbeiten wie hier. Frau Holopain ist krank. Und die Doppelstunde Chemie? Naja, die fällt aus. Ohne Vertretung. Was ist denn hier los? Freie Doppelstunde. Oder Doppelfreistunde. Keine Ahnung. Echt? Cool. Alle? Nee, nur Chemie. Der Rest von der Stadt. Auch Internet und Sicherheit. Wir müssen was machen. Einfach aus Prinzip. Okay. Und was? Wir holen uns alle ein Eis. Und dann essen wir das vor denen. Wow. Trampolin. Haus hat das falsche Trampolin bestellt. Das wurde heute Morgen aufgebaut. Das ist so ein richtig großes, was sonst auf dem Rummel steht. Der Empfänger wurde verwechselt. Egal. Bin dabei. Also, eigentlich wollten Flora und ich ja. Was kann Flora aus dem nicht können? Okay, stimmt. Also, treffen wir uns halb am Volleyballplatz? Los geht's. Cool. 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 Cooler Geschirr! Cooler Geschirr! Es kann nicht passieren! Beim Krampolin ist das Wichtigste, seinen eigenen Schwerpunkt zu balancieren. Technik ist alles. Ja, auch schon K.O.? Na ja, nur ein bisschen. Meine Beine sind Pudding. No, mi, 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 mi. Vanille oder Schoko? Haha, lach du nur. Ich brauch die Dinger heute noch. Vielleicht geh ich in die Staffel. Cool. Findest du? Na ja, also, eigentlich hat's mein Vater vorgeschlagen. Aber das ist doch toll. Die sind da alle ganz dicke miteinander. Und mein Vater ist ja auch da. Hm. Vielleicht hast du recht. Wie geht's dem Pudding? Eine Runde geht noch. Halt! Alarmstufe Rot! Was? Warum? Wir haben Lewins Biohausaufgabe vergessen. Welche? Na, wir sollten uns um diese Pflanze kümmern und ein Videotagebuch machen. Hab ich gemacht. Wir haben die jetzt die ganze Woche lang nicht mehr gegossen. Die ist tot. Ich hab vor dem Zimmer nachgeschaut. Ich hab sie nicht mal mehr gefunden. So tot ist die. Die Aufgabe muss bis heute Abend fertig sein. Kann man Petersilie irgendwie nachkaufen? Dem Basilikum. Geht's gut. Ich hab mich drum gekümmert. Wirklich? Mit Videotagebuch und allem? Ja. Guck mich mal an. Vollzeit! Ihr seht, das Video von Bardo, Bela und Pavel, die eine binomische Kopfstand-Challenge gemacht haben, wird viel mehr geklickt als das Video von Rina, Flora und Moritz. Weil's viel unterhaltsamer ist. Ganz genau. Jedes erfolgreiche Video ist ein Versprechen. Ein Versprechen auf Spaß, auf Erfolg, auf Reichtum, gutes Aussehen. Alles das, was sich die meisten Leute wünschen. Die sind Rampolin-Spray. Oh, Normans. Flüstert ihr darüber? Das ist das perfekte Beispiel für das, was ich gerade erklärt hab. Dieses Video transportiert Spaß. Es transportiert ein Gefühl, das ihr selber gerade gerne hättet. Und ihr kennt auch noch die Personen darin. Und zack, ihr habt's alle gesehen. Das macht's gerade nicht besser. Doch, weil das Video, genau wie ein Film, einfach eine Geschichte ist. Und zwar eine, die ihr hören sollt. So, Zeit für Diagramme. Ja! Ja! Pass auf! Wieso, hast du Schiss? Quatsch. Wäre nur doof, wenn du dich verletzt. Warum? Na, weil du doch allschnelllaufen machst. Ziemlich gut sogar. Gleichzeitig. Eins. Zwei. Und drei. Wuh! Du bist doch jetzt auch Sportler. Vielleicht solltest du lieber runtergehen aus Sicherheitsgründen. Wuhu! Uh, riskant! Leben am Limit. Du musst bei einer echten Wettkämpferin ja mithalten. Und ich beim Staffelelfer. Der Basilikum steht nun im Tanzsaal. Hier bekommt er mehr Sonnenlicht und besser Luft. Beim Gießen ist darauf zu achten, dass die Oberfläche trocken ist. Insgesamt gilt lieber häufig und wenig Wasser anstatt selten und viel. Wieso klingt das so steif? Ich dachte, du hast kreatives Schreiben. Wie bitte? Tag vier. Der Basilikum ist nun ungefähr um 0,3 Zentimeter gewachsen. Wir können nichts davon verwenden. Warum? Ja, weil ich in dem Video gar nicht vorkomme. Ja, das stimmt. Ja, und es war eindeutig als Teamarbeit gemeint. Und du hättest mich ja wenigstens mal dran erinnern können. Ja, aber du... Egal wie botanistisch korrekt das alles ist, es ist leider Aufgabe verfehlt. Aber keine Panik. Ich weiß, wie wir die Pflanze wieder aus dem Dreck ziehen können. Ja, das stimmt. Hoffentlich enttäuscht heute nicht unsere Fans. Unmöglich. Wieso sollten wir? Weil ich vielleicht nicht besonders schlau war, vor dem Training eure Kräfte auf dem Trampolin zu verbraten. Bist du neidisch? Nur weil wir ausnahmsweise mal Spaß hatten. Nein, ich denke nur an die Staffel. Außerdem gibt's gar keinen Grund für Neid. Wir veranstalten heute Abend, ein eigenes Event. Ach ja, was denn? Sorry, nur für Modul-Insight-Up. Ach so? Aber Herr Hauser hat gemeint, ich kann kommen. Hä? Na, zum Staffeltraining. Ah cool, du hilfst wieder als Assistent aus. Oder bist du mit Leni die neue Fankurve? Ey, was das? Nein, ich lauf mit. Also, natürlich erstmal nur beim Training. Mahlzeit. Wie ich sehe, habt ihr unseren neuen Zuwachs schon begrüßt. Anton möchte ein bisschen mit den Besten trainieren, um seine Leistungen zu verbessern. Nur wenn das okay ist. Badu, du machst das Warm-Up. Alles klar, los geht's. Stimmt es eigentlich, dass die Insider was planen? Was sind denn die Insider? Ach jetzt, tu nicht so. Bela hat da vorhin was auf seinem Profil gepostet, dass es da so ein Modul-Event heute Abend gibt. Aber halt nur für Insider. Das wundert dich. Ihr seid einfach aufs Trampling gestiegen, obwohl wir das eigentlich zusammen machen wollten. Ja, das stimmt schon, aber nur weil auf einmal alle dahin wollten. Und dann wurde es abgebaut. Außerdem finde ich das mega unfair, dass ihr immer so viel Spaß habt und wir normal Unterricht machen müssen. Wir machen auch normalen Unterricht. Wir haben heute Statistiken gemacht, während ihr da lustig rumgehüpft seid. Ja, das sah aber nicht so aus. Deswegen sag ich's dir doch. Ich hab keine Lust, mich mit dir zu streiten. Ich auch nicht. Ich tu mir leid. Aber das wird schon wieder sowas mega cooles mit Geheimlocation. Aber nur ihr könnt da hin. Sagt wer? Na ihr. Es gibt kein ihr. Wenn du unbedingt mitkommen möchtest, dann komm halt mit. Ehrenwort? Ich kann ja nennen Ehrenwort. Das ist das. No pain, no gain. Komm. Weiter laufen. Weiter. Jede Pause. Zwei Schritte zurück. Und da willst du nicht hin. Du willst nach vorne. Zwei Schritte nach vorne. Komm, schneller. Ich kann ja rückwärts neben dir laufen. Kopf hochschalten. Ich kann in den Gedanken hören. Ich kann nicht mehr. Meine Muskeln machen schlapp. Meine Kraft ist weg. Alter nicht rum. Dein Körper kann noch viel länger. Und noch viel mehr. Schnapp in die andere Hand. Die Übergabe ist die größte Fehlerquelle. Deswegen muss die Technik sitzen. So, das reicht jetzt. Das waren doch erst 15 Minuten. Wer dabei sein will, muss Einsatz zeigen. Ach, vielleicht will ich aber nicht dabei sein. Zähne einzunehmen. Fazit. Unser Pflänzchen ist seit Schuljahresbeginn fast doppelt so groß geworden. Wie viel genau? Na los, sag's in Gustl. Gustav und ich hatten einen Streit. Szene 3 von hinten gießen. Er wollte immer selten und viel gießen, doch das konnte ich nicht zulassen. Gutes Training, Jungs. Noch ne Limo zusammen? Ich bin raus. Ich muss für heute Abend noch die Playlist vorbereiten. Außerdem schreibt Rena gerade, dass die Hauptattraktion für heute Abend schon angekommen ist. Top. Mach doch, was ihr wollt. Sowieso. Äh, Badu? Hast du noch mal kurz einen Moment? Ich komm nicht nach. Was gibt's, Coach? Kannst du dir das nicht denken? Nicht so richtig. Was war denn das vorhin mit Anton? Keine Ahnung, er ist einfach abgehauen. Einfach so? Ja. Und das hatte nichts damit zu tun, dass du ihm die ganze Zeit angeschrien hast? Ich hab ihn motiviert. Und ich dachte, es geht darum, Bestleistungen herauszuholen. Erstens hilft es keinem, dass Anton nach seiner ersten Einheit schon keine Lust mehr hat. Uns hilft er eh nicht. Und zweitens ist es meine Aufgabe, Leute zu motivieren und Bestleistungen herauszuholen. Nicht deine. Ja, dann fangen Sie mal an. Alles, was Sie interessiert, ist Ihr Vater-Sohn-Ding. Die Staffel ist Ihnen doch egal. Hey. Was machst du hier? Was machst du hier? Hat was mit dem Insider-Event heute Abend zu tun. Oh, supi. Ich wollte fragen, ob ich da noch was mitbringen soll. Ob ich Snacks oder Limo. Und warum solltest du das tun? Naja, Flora meinte, dass ich auch kommen kann. Kannst du aber nicht. Wieso denn nicht? Weil es eine Maskottchen-Party wird und es nur sechs Maskottchen gibt. Unser Pflänzchen ist seit Schuljahresbeginn fast doppelt so groß geworden. Wie viel genau? Na los, sag's in Rüssel. Der Basilikum ist nun ungefähr um 0,3 cm gewachsen. Hat doch gleich viel mehr Pepp, oder? Du guckst ja gar nicht hin. Nein. Wieso? Es ist perfekt. Es wirkt, als hätten wir uns gemeinsam um die Petersilie gekümmert. Basilikum. Gern geschehen übrigens. Du hast ihn. Zerschnitten. Zerstört. Verunglimpft. Synonyme. Doch ein kreativer Schreiber in dir. Und was sollen wir jetzt abgeben? Ich geb zu, es ist nicht ideal. Ja. Aber hab ich dir je einen Grund gegeben, mir nicht zu vertrauen? Ja. Deshalb hab ich auch schon eine Lösung. Bitte nicht. Frau Lewin wird uns lieben. Rosa! Und du willst wirklich nicht zur Maskottchenparty? Was genau willst du von mir? Okay, ich fass mich kurz. Also, ich verspreche, ich werde das auch nicht an die große Glocke hängen. Weil dann erfahren es ja alle und dann gibt's Streitereien. Rosa, ich hab wirklich nicht viel Zeit. Versteh. Deshalb gehe ich auch nicht zu einer Veranstaltung, die nur dafür da ist, die anderen neidisch zu machen. Ja, klar. Also, meinetwegen kannst du gerne da hingehen und du kannst auch gerne mein Kostüm haben. Wirklich? Danke. Supi, du bist echt der Beste. Ich weiß. Der Basilikum steht in einem Tanzsaal. Hier bekommt er mehr Sonnenlicht und besser Luft. Gustav und ich hatten einen Streit. Insgesamt gilt lieber häufig und wenig Wasser anstatt selten und viel. Er wollte immer selten und viel gießen. Doch das konnte ich nicht zulassen. Denn das oberste Gebot ist öfter, aber wenig. Blaues Auge ist dafür ein kleiner Preis für so eine schöne Pflanze. Unser Pflänzchen ist seit Schuljahr zu Beginn fast doppelt so groß geworden. Wie viel genau? Na los, Sachsen-Rüssel. Der Basilikum ist nun ungefähr um 0,3 cm gewachsen. Ja, sieht doch schon ganz ordentlich aus. Danke. Ihr wisst schon, dass ihr die Pflanze auch abgeben müsst, ne? Ja, wir haben uns etwas anderes ausgedacht. Ein Pesto. Aus unserer Pflanze, sozusagen zum Schuljahresanfang. Das ist ja eine kreative Lösung. Was habt ihr selber gemacht? Ja, wir beide. Mit einer Anleitung aus dem Internet. Gar nicht mal so schwierig. Danke. Gute Arbeit. Danke auch. Dann gibts rum heute Nudeln mit Pesto. Ich hab's dir doch gesagt. Jungs! Petersilie? Wirklich? Das ist nicht dein Ernst. Jasper? Hast du einen Nebenjob? Hm. Ja. Also, eigentlich darf ich's dir nicht sagen. aber ich bin auf dem Weg zum Insider-Event. Oh, cool. Bist du jetzt also doch einer von denen? Naja, so halb. Wie lief das Staffeltraining? Gut, ja. Ehrlich gesagt, es war ein ziemlicher Reinfall. Mist, wieso das denn? Tja, ich bin einfach kein Sportler. Aber wieso bist du denn überhaupt hingegangen? Mein Vater fand's cool. Und du auch. Was kommt die Party? Hashtag Insider. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ein Rosa. Ich wüsste nicht, dass sie eine Insiderin ist. Schaut euch mal die Videos an. Was ist denn jetzt los? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und? Bereust du's? Nö. Ich hab gemerkt, dass ich keine Insiderin bin. Okay. Genauso wie ich in den Ferien gemerkt hab, dass ich keine Eisschnellläuferin mehr bin. Was? Ich hab das im Prinzip eh nur wegen meinen Eltern gemacht. Tja, sieht so aus, als würde ich jetzt auch nirgends mehr dazu gehören. Also, der Kekettisch ist meistens frei. Jetzt ja nicht mehr. Wenn es nach dir ginge, müsste ich dich und Bela jetzt aus der Staffel schmeißen. Oder? Damit wäre die Staffel aber erledigt. Und ob du's glaubst oder nicht, die Staffel ist mir nicht egal. Und was soll ich damit? Du meinst, du kannst es besser? Beweis es. Das nächste Training gehört dir. Alles ist, alles ist relativ normal. Alles ist, alles ist uns manchmal echt egal. Selbst Einstein hatte nur ne 4 in Mathe. Und war später mal total genial. Und alles ist, alles ist uns. Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.